Was ist das Thema moderne Wertorientierung? Das Thema nennt sich moderne Wertorientierung. Das Ziel ist es, Wege zu finden, wie man alternative Ansätze zur Wertorientierung, also die über Shareholder-Value, klassische Finanzkapitalismus-Modelle hinausgehen, wie man die integrieren kann in Unternehmenssteuerung und in Unternehmensberichterstattung. Kooperationspartner dort ist der Internationale Controller-Verein. Das Projekt ist ein interdisziplinäres Projekt, das heißt mehrere Fachkreise des Controller-Vereins arbeiten seit drei Jahren zusammen daran, ihre verschiedenen Kompetenzen einzubringen. Das reicht von Risikomanagement über Green Controlling, über IFRS-Kommunikationscontrolling bis hin zum Qualitätsmanagement. Das fassbarste Ergebnis dazu sind neben einer Reihe von Fachartikeln eine Buchpublikation im Haufe Verlag, in der die gesamte Arbeit dieser Fachkreise in einen Gesamtkontext gestellt worden ist. Das Bindeglied dazu sind einmal Reputationsmanagement, zum anderen der neue Ansatz des Integrated Reportings. Das war die Schöpfung. Das war die Schöpfung, das war die Schöpfung, das war die Schöpfung. Untertitelung des ZDF, 2020